Willkommen bei der Nähe Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Indica für euch. Also, holt den Rosenkranz raus, lüftet eure Bibeln und wir gehen rein. Demo von Edica. So schön. Also grafisch, hallo. Hallo, Alter. Ziemlich gut aus. Okay, wir sind eine junge Novizen, eine Nonne und wir, was sind die tot? Was ist hier los? Warum liegen wir hier im Schnee rum? Okay, wir sind verletzt. Ich habe noch eine starke Hand. Und, ich bin sorry, kann ich einen Blick nehmen, bitte? Oh, da ist nichts zu schauen. Willst du mir eine Injunktion? Oh, mein Gott. Ich bin Angst, ich muss... Wenn wir nicht amputieren, dann wirst du die Nachmittag nicht überleben. Alter, er muss doch leider echt durch sein. Alter, mir ist schon gar nicht das. Wort für Wort. Aber das war über eine Woche vor. Und er hat nichts gemacht? Sehr gut. Das war's. Das war's. Es war mein Versuch. Der muss doch nicht gesagt. Wer hat mich gesagt. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Ich habe auch gesagt. Ich spreche zu Gott. Zu Gott? Du musst aufstehen, wenn du nicht etwas anderes für Frostbite verlierst. Okay, was ist das da? Ist das ein Motorrad oder? Wann sind wir? Was ist das hier? Ist das so steampunk-stylig? Was ist das denn, Alter? Das ist ja geil. So, okay. Was bedeutet, du sprichst zu Gott? Das ist ja geil. So ein bisschen steampunk. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und was hat Gott damit zu tun? Lass mich erklären. Seit der Nacht, alles, jedes Event, hat es alles passiert, als ich gesagt habe, dass es würde. Und ich bin sicher, ich war der einzige, der diesen Tränen weggeleitet. Okay, was ist das da oben? Ist das unsere Lebensanträge oder was? Wir tun Gott, according to Plan. Every fucking step, ist Gottes Plan, verstehst du? Also, zu mir aufstehen, war Gottes Plan. Ich weiß, was du denkst. Aber du erinnerst den Gospel? Der Vater, der seinen Menschen an den Prodigalen Sohn gab, nicht an den Lieblingsanen, den guten, an den Banditen. Er hat ihn verraten und stehgeten, aber er kam zurück. Er kam zurück. Ich verstehe, du hast mich? Ich glaube, der Herr ist glücklicher, dass wir einen rettenen Zehner sehen, als er... ...hunderttausend rechtes Menschen. Ich weiß nicht. Sie brauchen nicht wirklich retten. Hörst du mich? Du weißt, er legte alles vor mir vor mir. Er spät wie eine Karte von Karten. Das past, das present, das future. Wer? Gott, wer sonst? Oh, Kannte. So. Ja, schön. Wo bleiben wir denn nächstes hier? Schön. Ähm. Ich muss mich mal kurz fragen. Die hauen hier grafisch ein ziemlich cooles Spiel aus und machen dann so eine Mücke dazu. Also, ist das einfach so ein starkes Kontrastprogramm? Das ist nicht der Grund. Ich zeige euch, wenn wir das bekommen. Schau, eine Wasserstelle. Das bedeutet, die Stationen sind hinter der Windmüll. Wenn wir uns auf ein Dampffahrrad setzen? Warum? Was ist da ein Rad vorne, Alter? Wir haben nur für ein paar Fahrzeuge bekommen. Ich werde dich nicht aufhören, mit keinem Strom. Äh, okay. Okay, alle klar. Also, wir sind empfiert worden von ihm. So wie ich es jetzt hier lesen habe. Vielleicht sollten wir nachher gehen. Ein Mann und ein Officer? Wer geht's? Die Telegraph-Polle. Die Kabel ist weg. Und die Straße? Es sieht nicht aus, wie es schon benutzt wurde. Das ist voll Downhill hier, ey. So, so. Ein bisschen witzig. Felix, wirklich, du wärst schon sehr, sehr cool gemacht irgendwie. Skurril. Aber cool. Hier fällt mir. So, wir sind im Dorf angekommen. Und werden aus dem Spiel geschmissen? Oder was wird's jetzt? Nein, wir haben einen Ladekringel. Ja, willkommen bei Resident Evil 8. Also, er hat wenigstens schön warm am Arsch, würde ich sagen, oder? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Es ist so, als ob sie die Passage auf Grundlage blocken. Der Brake ist schraubend. Ich muss etwas finden, um die Schraube zu lösen. Ach, als wenn du jetzt hier bei den Temperaturen eine Schraube löst. Hör auf. Ja, das kannst du festen da mit deinem... Schlussbar haben wird ja doch nicht. So, wir gehen ja einfach mal gucken hier. Können wir... Na, die ist zugeschlossen. Alles klar. Wir werden jetzt... Keine Schlüssel haben. Also, sie sieht echt gut aus. Die Grafik. Guckt euch das mal an. Das sieht atemberaumend aus. Es sieht richtig gut aus. Vielleicht ist da etwas in der Schraube. In der Schraube. Okay. Mit der Schraube. So, können wir hier durchs Fenster, oder? Ja, können wir mit... Wir... Wir spacen durch. Ah, da liegt doch einer. Da liegt doch einer. Oder? So. Hm. Oh, eine Puppe? So, warte mal. Kann ich hier Lichter machen? Ach, du glaubst es ja nicht. Willkommen in Haus Beniviento. Wunderbar. Schön, schön, schön. Ach, so eine Ultra-Orthodoxe. Wir meinen die hier noch irgendwie. So, okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Das Leben des Heiligen John. Eines Tages fiel der ehrwürdige John in eine Grube. Er war ein gottesfürchtiger und sanftmütiger Mönch und blieb deshalb in Demut in der Grube. Am dritten Tag zweifelte John an sich selbst. Hatte er aus Feigheit die Prüfung des Herrn missverstanden? Sollte er auf dem Grund der Grube in seinem eigenen Dreck sitzen bleiben oder aus der Dunkelheit ins Licht steigen? John begann zu Gott zu beten und der gab ihm sofort ein Zeichen. Ein Fichtenzweig neigte sich in die Grube herunter. John ergriff den Zweig und kletterte aus der Grube. Nachdem er erkannt hatte, dass er in seiner Überheblichkeit von den Dämonen verführt worden war, weinte John. Erschrocken sprang er zurück in die Grube und betete um Gottes Vergebung. Gott vergab John und zeichnete ihn mit zahlreichen geistlichen Gaben aus. Das ist so schön, das Buch, das nehmen wir gleich mit. Das ist aber so ein Random-Effekt. Da kann man auch sagen... Das ist also wirklich... Freunde! So, was haben wir hier oben? Was ist das? Waschbrett? Was war denn das? Ach, wir können ja eine Kerze anmachen. Also, ich muss sagen, von der Grafik und von der Atmo... Ah, krass. Nur mal schnell... Bekreuze ich davor. Also, der Kontrast ist schon hart. Der Kontrast ist wirklich hart, Alter. Also, du hast hier diese Edel-Grafik und dann ploppen hier so kleine Pixie-Effekte auf. Und das ist ja nur wirklich... Also, da habe ich Fragen. Da habe ich Fragen. Also, ich denke schon, dass die Leute einsam sind hier in diesem Dorfe. Aber so einsam... So einsam kannst du doch ja nicht sehen. Dass du hier irgendwie aus so einem Holzmelikin hier so eine Puppe bastelst. So, kann ich hier runterspringen? Ja, Knöchelbrechen kann ich runter. Oh, hier haben wir eine Leiter. Die nehmen wir mit. Kann ich hier vorne irgendwo... Wo steckt hier hin? Hier, das bringt mir... Okay, hier würden wir hochkommen. Dann schauen wir mal. Dann ist das wahrscheinlich doch der Chat, in dem wir wollten. Achso, ich drücke halten. Ne, sie ist einfach nur zugeschlossen. Verstehe. Okay, wir brauchen die Leiter, um da durch die Decke zu kommen. Da ist ein Loch. So, gib das mal her, junge Dame. Schwester Katharin. So, und können wir das hier reinstellen? Ja, können wir. Schön. Also, ich muss... Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Muss ich sagen. So, dann spielen wir mal rein. Und hier haben wir einen Schraubenschlüssel. Sehr gut. A branch. Indica Kult. Easy. Tell. A 5 mm branch. With a 40 mm. One just by looking at them. This one was somewhere in between. Oh, na klar. Okay. Cool. Oh, was ist das? Paraskerva Freitag. Pavel Sergejevic. Indicas Vater. Genannt Paraskerva. Ein heiliger für Mädchen. Möglicherweise benutzen Mädchen die Ikone zum Wahrsagen und sagen, Paraskerva, Paraskerva. Zeig mir den Mann, den ich für immer lieben werde. Möge der Herr Gnade weiten lassen. Und wir haben Level ab. Wir haben Level ab, Alter. Schön. Schuld 5 und Repentance. Was heißt Repentance? Hey, Junge, was heißt Repentance? I need Translation. Every time you get points, you gain a chance to get extra points. Okay, Gier oder so? Kann das sein? Irgendwie oder Habgierigkeit oder irgend sowas? Also, also. Komm, Junge. Repentance. Was ist das für ein Stilmix? Was ist das für ein Stilmix? Was ist das für ein Stilmix? So. Und, äh. Komm, wir nehmen das Fahrrad. Alter. Idee finde ich sehr, sehr cool. Idee finde ich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wo mich hin bringt hier dieses Spiel. Weil, äh. Also, bis jetzt kann ich sagen, so ein Spiel habe ich bis jetzt noch nie vor mir gehabt. Ruhigen gewissens kann ich das behaupten. So, kommen wir hier vielleicht nochmal. Ich stelle mal schnell nochmal die Leiter hier hin. Na, verniegelt und vernagelt. Aber auch coole Bretter, muss ich sagen. Ah, hier so mit Living Edge. Schön. Okay. Kann ich dir das hier durchheben? Ne. Überwiegt sich auch mit seinem ekelhaften Krepel. Kack hier. Kein Meter. So. Dann werden wir hier mit unserem Nutebeutel auf den Rücken hochklettern. Das sieht gut aus. So. Bist immer noch nie fertig. Hätt's nur noch machen können. So. Ah, bitteschön. Wer hat ihn denn eigentlich so zugerichtet, sag mal? Ja. Und einmal rauftreten. Genau. Halt doch unser Feuer und auf! Fuck! Ja, toll. Was ist das? Wir können nicht wie ein Hund. Hurry up. Alter, wir sind definitiv hier bei Resident Evil 8. Oh man, nur unser schönes Fahrrad. Alter! 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 Oh, was ist denn jetzt? Oh, was ist denn jetzt? Nichter Wolfshund, oder was? Äh... Nein! Komm, wir rennen mal weg. So, ist die Tür offen? Mach die Tür offen! Mach die Tür offen! Mach die Tür zu! Dankeschön! Kulitz! Ist Kulitz ein Name? Ist das? Was ist das? Ende? Was heißt Kulitz? Was ist das für eine Sprache? Das war eine Schneeschippe. Hm-hm. Du weißt, ich würde dich schon mit meinen Händen verbraten, wenn ich es wollte. also ich weiß tatsächlich nicht, ich denke nicht, dass das Spiel so anfangen würde. Irgendwie, wahrscheinlich sind wir irgendwo mitten in der Story drin, irgendwie. Oh! Shit! Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely, right away? That's a good question. Here's your answer. Here. Here! What's that? What's that? What's that? 20. März. Tempel des Johannes von Damaskus. Spasov. Das einzige vernünftige Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit, Unkeuschheit, Untreu und andere körperliche Komplikationen und Seelenleiden. Ja. Na, wenn man's mal so verstanden hat. The Kajets? Mhm. Ja, exactly. What's that? What's that? What, what is that? I don't understand. So, God had enough power only to stop the rotting. But, to heal you completely, he needed some kind of tool. It's not that it's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, look, yeah. It has nothing to do with my arm. It's about the path. The path we've been given. And whether to follow it or not. It's up to us. What do I have to do with it? What is that? Mach mal the door to. So. Possessed people are taken to the Kajets. Everybody is. Do I look possessed, do you? Nein, nicht nur du. Okay, wir sind weg. Okay, wir sind weg. Ich holst dich. Das ist dich. Du willst mich nicht aufnehmen, du bist da. Aber da haben doch grad die Augen rot geleuchtet. Was ist denn da? Warum schlägt ihr die Augen überhaupt mit? Nein! Kann ja überhaupt irgendetwas... Ilya? Bist du hier? Ilya? Okay. Ilya! Was ist passiert? Schön, ich darf wieder durch der dunkle laufen, oder was? Was ist denn hier gemacht worden? Was ist denn das? Leben, oder was? Alter, ist der Dussel. Und tief. Ach, das ist ja irgendwie, anscheinend irgendwie eine Art... Minenschacht oder irgendwas? So, ja, schön. Ich wär bereit. Also... Ja, schön. Von hier kommen wir. Nein, ich muss jetzt hier runterspringen, oder was? Möchte hier nicht runterspringen. Ich kann hier ja nicht runterspringen. Was ist denn los? So, hier komm ich nicht weiter. Bei der Pane kann ich nicht machen. Ah, hier. Okay. So, Kantenmaler war ja auch am Start. Okay. Was ist denn das hier für rotes Leuchten hier? Was ist denn das? Okay, also wir sind Indika. Okay, er ist ein Striefling. Nein. 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 Okay. 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 Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Hellblade. Find ich gerade. Okay, wir können leider auch nicht rennen. Wir können einfach nur gediegen und die Treppe hochschlendern. 2 Letters ist das gleiche, als wenn sie einen lesen lesen. Was über die Stehlinge? Pocketing Aruba, zum Beispiel. Ist das besser? Wuerst? Wie viel besser? Das ist Nase. Du kannst solche Dinge nicht vergleichen. Warum nicht? Der Priester empfiehlt auf unterschiedliche Linien für verschiedene Schöne. Und weil du sicher wirst, was besser ist oder besser ist, muss man sich die Gase oben bemerken. Dann lass uns sagen, dass die Stehlinge ist 10x schwerer, als wenn sie eine Leitung verbreitet. Was über Mörder? Lass uns das auf 1000 Letters stellen. Das bedeutet, dass wenn ein Postmann einen Sack vollen Letters verbreitet, wir hätten einen Mörder. Obwohl... Vielleicht sollte es ein Bulk-Discount sein. Was über ein Rapist? Ein Rapist ist besser als ein Mörder. Genau? Aha, jetzt ist es offen. Das ist ja schön. Du bist nicht Angst vor der Schöne. Du bist Angst vor der Letters. Vielleicht solltest du es nicht öffnen. Mach es nicht. Mach es nicht. Mach es nicht. Oh, das sieht gut aus, ey. Steht da jemand hinten? Da steht doch jemand. Äh... Das ist nicht so gut. Du bist nicht so gut. Ich habe nichts zu sagen. Der Abbesche weiß du dir in der Mitte. So alles hat sich einfach so geschrieben. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! De-frocked? Wie hat das funktioniert? Ha, ha, ha! Even wenn Dekir nicht nach Tijon hat ihn nicht gemacht, aber du, ha, ha! Ha, ha, ha! Erstens, du hast dich aus deinem Haus und dann... Holy moly, Alter! Okay, wenn wir, wenn wir beten... Krass. Krass. Das ist das. Krass. Das ist das. Krass. Alter, das muss man so erst mal auf sich rücken lassen. Sie ist nicht mehr hier. Die... Krass. Sehr, sehr cool gemacht. 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 Ah, ha, ha, ha! You don't even have anything to say! The others knows the inside out. So everything turned out just as written. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Okay, wir kommen wieder hoch. Wir müssen ja irgendwie scheinbar... ...dort oben hin. Oh, okay, wir müssen jetzt hier hoch. Ah, ha, 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 ha! So everything turned out just as written. Aha, ha, 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 ha! Okay, 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 okay. So, wir kommen jetzt hier hoch. How did that happen? Ha, 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 ha! Even at the gear wasn't out the take on have not turned off. So, man, los, komm! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Ja, von hier kommen wir hier hoch. Ha, 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 ha! So, okay, man hat's tatsächlich einfach nur nicht gesehen. So, jetzt gehen wir weiter. Und wir sind da. Ja, ich hab's einfach nicht gesehen. Es war zu dunkel. Sorry. So, okay. Ab ins Licht. So, Koffe, der blöde Ü hat sich jetzt mal ein bisschen nützlich gemacht hier draußen. Na und, was hast du zur Gruppe beizutragen? Okay. Somehow, Indica was convinced that the Cadets was going to solve all of her problems. That soon the voice in her head would disappear and she would return to the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone's love. She thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. Hm, ist da ein Brot im Ofen? Ich habe herausgefunden, was dieses Ort ist. Das ist Denisovka. Die Blattfaktor. Martha hat mir erzählt, sie ist unsere Iconografer. Die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt irgendwas finden oder ob wir jetzt einfach bloß durch diesen Ort durchlaufen müssen. Es war eine Explosion. Sie sagten, dass alle in einem Tag evakuiert wurden. Amerikaner, ich glaube. Sehr wahrscheinlich. Okay, hier kann man rein. Oder Englisch. Oh, das sieht ja auch krass aus, Alter. Die Grafik, Alter. Du glaubt das gar nicht. Dass man eigentlich wohnt hier sonst immer. So ein bisschen Pixel-Grafiken. Haha. Und jetzt hier so ein Edelzeug hier. Panhagia. Der heilige Christophus stammt von einem wilden Mamarikai-Stamm ab. Dessen wolfsköpfige Menschen waren extrem groß und zeigten oft ein furchterregendes Verhalten. Das hindert ihn jedoch nicht daran, den christlichen Glauben zu predigen, die Taufen anzunehmen und wie ein Märtyrer zu sterben. Gut. So, jetzt haben wir mal eine Lampe, die machen wir an. Aber ich hab schon wirklich harte, harte Village-Vibes hier irgendwie. Also das ist, die haben das echt gut getroffen. Echt gut aus, Alter. So, na dann, warte mal, kommen wir hier hoch? Zuerst mal die ganzen Loot hier abgrasen in diesem wunderschönen Dorf. Können wir wahrscheinlich auch rein? Nein, doch, können wir. Ist aber freundlich. Ist aber freundlich. Das Leben des heiligen Metropoliten Sinjust. Einst besaß ein Dämon das Haar des heiligen Metropoliten Sinjust. Sein Haar begann sich aufzurichten wie Zweige auf einem Besen, wenn man es am wenigsten erwartete. Während seiner Gottesdienste sprang Sinjust Mitra, seine Bischofmütze, hoch und erschreckte seine Gemeinde. So sehr er auch betete, der Dämon ließ ihn nicht los. Eines Tages stach Sinjust zwei Löcher in seine Mitra und band sie mit einer Schnur so fest an seinen Kopf, dass sein Haar zu Beginn der Messe die Mitra nicht anhob, sondern sich die Haare in den Kopf bohrten. Seitdem ist Sinjust sanftmütig und wortkarg geworden und der Dämon hat sich einen anderen Wirt gesucht. Auf diese Weise erteilte Gott dem Dämon eine Lektion. Level Up! Schön! Ja, was haben wir denn? Komm, da waren wir Schande 4. Schande 4! Wir ziehen's durch. Ach, Quatsch! Okay ist den Ilya da draußen? Oh ja, ist Ilya bestimmt da draußen. Okay, okay. So, kommen wir hier runter. Was ist das hier für eine Eins am Hütte auf dieser Insel? So, kommen wir über die Schollen, Ilja. Los, es ist sicher. Für mich. Oh, oh. Krass, die heben sich. Das ist ja mal cool gemacht. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Schöne Spielphysik. So, Ilja. Lass dir Zeit. Ich bete mal in der Zwischenzeit für dich. Wo willst du denn hin? Komm doch mal hierher. Hier hat der Kantenmaler alles voll gepinselt. Was willst du denn hier? Hier willst du jetzt hochklettern, oder was? Ich hab einen knusperen Arm. Komm jetzt mit. Los. Du musst dich hier auf die Scholle stellen. Damit ich hier hoch kann. Er will nicht. Warum will er nicht? Ah, jetzt. Können wir jetzt hier drüben? Okay, gut. Wir müssen jetzt hier rüber. Vielleicht ist es einfach nur das Unterjahr. Kann das sein? Fall da? Beben. So. Okay, wir müssen jetzt hier drüben. Okay, alles klar. Also, ich muss sagen, wir haben hier eine ziemlich viel Nonne. Ja? Die gute. Die gute Indy-Kar. Gegensatz hier zu den Lappen. So, komm mal mit. Pfeife. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Schnuser? Alter. Verdammt Mensch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wie lange kann er die Rote? Ich weiß nicht. Ich warte für ein paar Stunden, um sicher zu sein. So, dankeschön, dass du dich jetzt mal ein bisschen bewegst hier. So, schön. Ach, wieso denn davor? Wieso denn davor? Warum? Die Strecke sind gebrochen. Wir müssen durch die Mühle gehen. Okay, gut. Die Treppe ist kaputt. Wir müssen durch die Mühle. Aber sie ist auch kaputt. Putt aus. Hätte ich jetzt hier nicht runterspringen sollen? Hätte ich nicht runterspringen sollen? Knack. So, dann machen wir mal wieder unsere kleine Lampe an. Oh, das sieht fettig aus, Alter. So wie ich am Montagmorgen. So, na los. Okay, dann kommen wir mit. Was? Was ist denn hier beautiful, bitte? Meinst du jetzt die Konzentration, der Mühle? So schön sieht es hier nicht aus. Wie ist denn der Strecke? Er war so. Er hat nicht geschafft, dass die Strecke hat. Er hat aber auch die Drehung der Dauert. Er hat sie nur mit einem Eingel. Er wurde gestorben. Wegen der Strecke? Nein. Er war gestorben an der Kaffee. Jetzt mach doch mal so ein Zahnrad. Man nutzt das Holz, ne? Broken Kotter, mhm, okay, alles klar. So, wir brauchen einen Kotter. Da hinten sieht's nach Kottern aus. Hier sollten wir mal hin. Können wir den Wagen bewegen, um hochzuklettern? Ein bisschen Plagtail. So, bitte loslassen und hochklettern. Leichte Plagtail-Vibes. Oh, das sieht gut aus. Den nehmen wir. Dankeschön. Sollen wir noch einen mitnehmen? Ich würde noch einen mitnehmen. Ne, wir können noch einen mitnehmen. So, aber was passiert? So, okay, das Ding dreht sich. Das ist schön. Die Frage ist, wohin? Oh, du Scheiße, jetzt müssen wir runter. Geh runter! Nein, nein, nein. Geh runter! Geh runter! Geh runter! Ja, wir können aufs Gegengewicht und lassen uns mit dem Gegengewicht hochfahren. Das, äh, das, das ist der Weg. So wird's gehen. Geh runter! Geh runter! Geh runter! Sehr schön. So machen wir das. So, dann ist ja... Okay, alles klar. Das... Nur um ihn jetzt nach hochzukriegen. Das ist unverhältnismäßig. Einfach unverhältnismäßig. Oh, Scheiße! Das ist unser Exit! Ach, Scheiße! Du sagst, dass du diesen Weg gehen würdest. Sind Sie Angst, dass du das Weg gehen würdest? Ja! Okay, da haben sie eine Skala. Die haben wir jetzt ein bisschen spät hier sehen. Oh, sorry. Aber komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Nein, 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 nein. Ja, ruhig, 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 ruhig. Du schaffst das! Komm, in die Kahn! Los! 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 Na! Ja, du schaffst das! Warte, ist denn jetzt schon wieder... Scheiße, Alter! Alter, ich war grad so von dieser Musik abgelenkt irgendwie. Was? Dann kommt da plötzlich dieser hässliche Hund. Oh, äh, ey, 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 ohne Sohn. Okay. Auf! Schnell! Nein! Okay. Er ist bestimmt hinter mir. Er ist bestimmt hinter mir. Er ist hinter mir. Oh! Ist aber nicht schön. Müssen wir... Wir müssen wahrscheinlich irgendwie quer rennen oder so, aber wir kommen tatsächlich an diesen Pfosten da nicht vorbei. Hm, okay. Wir probierens. Was? Was? Na ja, war... Entspannter Trailer & Error. Bei guter Musik! Wie? Was? Wie? 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 Ja, dieser kleine Riegel, der wird ihn aufhalten. Der wird ihn aufhalten. Der wird ihn noch aufhalten, oder? Nein! Jetzt hält ihn nicht auf. Scheiße! Scheiße! Nein, weil du holen musst. Das ist fies. Das ist fies. Das ist echt gemein, Alter. Da denkst du, du bist sicher? Pustekuchen. So, okay. Release, rüber und da geht's. Der Buckeler müsste ich mit nochmal reinfallen lassen, also das ist... Warum denn? So, jetzt rüber und da geht's hier. Rüber mit dir. Okay, dann bin ich vorbei. So, jetzt rüber und da gehen wir zurück. Ah, hier ist der Anker, okay, alles klar. Ja, warum holst du denn nicht den Elia? Hallöchen, hallöchen. Kommen wir uns näher? Okay, okay. Das ist so makaber, ey. Sinnvoll. Makaber. Oh, Mann, Alter. Immer schön gut zu tun, ja, ja. Level 4 ist so möglich zu passieren, wie es zu einem Hund passiert ist, wie es zu einem Hund ist. Es wird angriert, wenn seine Essen weggebracht wird. Es ist bereit, jemanden zu entfernen, wenn seine Beziehungen gefährdet sind. Ein Hund wird angriert, wenn sein liebter Mensch nicht vorliegt. Es wird gegründet, wütend. Das ist schon eine richtig krasse Kameraperspektive jetzt, so von der Einstellung und alles. Alter. Sollen wir irgendetwas tun, oder? Thank you for playing. Okay, ihr Lieben, das war die Demo von Inika. Also, ich muss sagen, ich bin... Ich bin... Ich bin auf der einen Seite total geflasht. Und bin auf der anderen Seite... Ich bin gespannt, ob sie noch gute Musik machen. Weil die Musik ist wirklich tatsächlich das einzelne Minuspünktchen. Und designtechnisch ist dieses Spiel aber ganz oberste Schublade. Ich bin gespannt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben unter diesem Video. Und vielleicht schreibt ihr ins Kommentarfenster, wie es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss. Pavel, Pavel. So. Pavel Sergej Givjenic. Dimitri. Dimitri. Wat? Dimitri. Wat? Wat ist dieses Dimitri? Kickt meine Höhenangst voll rein. No, 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 no. Ach, mal so ein Spiel mit solchen Untertragungen oder so. Das würde ich wirklich super finden, irgendwie, mit meinem Kackenglisch. Wat? 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 Da war doch Sprache. Ja, aber wie? Wo war Sprache? Gut, okay. Wir sterben uns so langsam Richtung Aushär. Untertitelung. BR 2018